Vor solcher Kulisse hat noch niemals eine deutsche Basketball-Nationalmannschaft im eigenen Land gespielt. Wenn man keine Teamchemie hat und vor allem wenn man nicht anerkennt, mit welchem Ziel man in der Nationalmannschaft zu spielen hat, nämlich um etwas zu gewinnen, dann ist es unmöglich, Erfolg zu haben. Und Deutschland ist Europameister im Basketball. Das gibt es nicht. Das ändert niemand vorauszusagen. Das ist ein Fall. Und die Halle tot. Solches Publikum in Deutschland beim Basketball hat es noch nie gegeben. Es ist vorbei, du stehst dann da so, wir sind Europameister. Unglaublich. Aber ich glaube, ohne dieses Mannschaftsgefüge kommst du mich weiter. Oh, und schau an das! Es braucht ein gemeinsames Ziel. Einen Antrieb. Wir haben das alle zusammen gerne gemacht. Gerne gemacht. Wir haben die Nationalhymne vor dem Spiel. Und das ist schon immer etwas anderes gewesen, hier in Deutschland zu spielen. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden, in Berlin zu spielen. Oh, und Nowitzki block's it! 12 Sekunden remain. Will Germany find Nowitzki? Has he got one more shot in him? He puts it up! Oh! Dirk Nowitzki! 3.9 seconds! Dirk Nowitzki is a superhuman! Unbelievable! Germany have held on their miracle run to the final of the Eurobasket. Germany are in the final. The gold medal hooks of Spain have been ended. And who else, other than Dirk Nowitzki, has carried this team on his back. I swear my name gets scratched off. On any application list, even the shovel shit. They take a look at my past and it's a hindrance. Like what the fuck my background got to do with present shit. But as we know, they never gave a shit. Like a person gon' continue in his own ignorance. Some of us do, but most of us change. So all I'm asking you to do is... Remember my day. Killing me something, trying to make it in this game. It's a performance for the ages. There's no doubt about it. It's going. Killing me something, trying to make it in this game. Just remember my day. Just remember me the right way. I want you to keep in mind today. Another one, another one, another one, another one, another one! Ratatatatatata! Killing me something, like Lauren Hill say. I hear him talking, trying to make me straight another way. But I see your future every time I see my son face. Go CJ, that's my CJ. And that's why I'm trying to make another way for CJ. Cause when he look at his daddy, know he don't see no wrong. Nice pass. Nice. 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 Good good. Come Robin, come Robin! Yes! 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 Benzpick mit dem 3er! Ich wollte immer für den Nationalmannschaft spielen, für die großen. 2002 und 2005, die Medaille um den Hals zu haben, war unbeschreiblich. 2015 kann euer Jahr werden. Unglaubliche Motivation gewesen für alle, in die Halle zu kommen und zu sehen, 10.000 Leute und die meisten schreiben noch für uns. Das ist natürlich eine riesengroße Chance und auch ein riesengroßes Erlebnis, in einer eigenen Stadt, in einem eigenen Land, vor den eigenen Fans zu spielen. Ich bin neidisch, sehr, sehr neidisch auf die Spieler, die diese Möglichkeit haben. Geschichte schreiben. Es ist an der Zeit. Es ist an der Zeit. Montage пыт irgendetwas. Telefhhh negativ. gleibania ody